Wien, ich komme! Wahnsinn, mir hat es fast umgehauen. Ich steige aus am Wäschbahnhof, läuft gleich die Maria-Hilfer-Straße und da waren so viele Leute. Ich denke mal, grüß dich, grüß dich, grüß dich, grüß dich, grüß dich! Ui, ich habe gleich richtig Atemnot, grüß dich, grüß dich! Ja, grüß dich! Aha. Ja, vielleicht machen Sie es anders. Heil, Servus! Heil, grüß dich, heil, heil... Oh! Entschuldigung, Herr Inspektor. Nein, 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 Sie können mich nicht verhofften, wenn eine Leute grüßt. Wie ich weiß schon, wie das klingt, aber bei uns in Tirol, da sagt man das ja so, hm? Nein, 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 wir haben schon auch Geschichte-Unterricht wohl. Nein, 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 ich weiß genau, wer das gesagt hat, aber wir in Tirol, gell? Wir haben das schon vorher gesagt. Ja, echt, weil das Heil, das kommt von der Welt, das ist vom Skiheil. Ja, ich nur mal denk, ich probier's, weil das grüßt, ich bring' keiner die Pappen auf. Was? Da wird gar nicht grüßt. Ach so. Ach, das ist wunderbar nicht, nein. Nein, dann sag ich nix mehr, ja? Gut, ja, ich versprich's Ihnen. Gut, piert die Haie an! Ja? Hahaha! Vielen Dank.